Wir sehen, dass immer wieder Automatismen, Mechanismen greifen, dass wir versuchen, das Leben zu ordnen nach Bestimmungen, Gesetzen, Verboten, Richtlinien. Und wir sehen, wie oft diese Richtlinien das verfehlen, was sie eigentlich erreichen möchten, nämlich ein wirkliches Umsteuern der Menschheit. Wir sehen auch, wie immer mehr in immer mehr Bereichen gewissermaßen das Automatendenken und das Automatenhandeln über die menschliche Freiheit zu herrschen beginnt. Wie wir immer mehr den Bereich des gesellschaftlichen, ja sogar den Bereich unseres Denkens immer mehr bestimmen lassen von Algorithmen, von Mechanismen, von Automatismen, von Vorgaben aller Art. Und wir sehen, wie immer mehr Bereichen ist.